Da müssen wir aber ganz viel Glück haben. Wir locken das Ding wieder hier rüber. Nein! Verdammt! Verdammt! Ich habe eine Idee was wir machen können, aber... Ich kann eigentlich nicht höher gehen. Ich habe eine Idee. 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 Das ist tödlich. Ach komm. Das wird doch zu blöd. Ach komm. Okay. Den blauen könnten wir jetzt hier irgendwo hin machen. Okay. Den blauen könnten wir jetzt hier irgendwo hin machen. Das können wir halt nicht auf gut Glück machen aus drüben. Weil sonst ist er weg. Ich muss auch schon irgendwie koordinieren. Oh scheiße. So knapp. Ach so. Das ist wirklich mies knapp. Wenn ich mir noch eine eleganzere Weg hinfallen würde. Okay. Okay. Den orangenen. Ich glaube das haben wir schon vergabt. Nee. Der bleibt doch noch. Da ist blau dran. Ich glaube ich hier hin. Komm bitte. Scheiße. Ich bin dumm. Ich glaube nach der Kamera machen wir dann mal Schluss oder? Es wäre nicht leichter oder? Und sie wäre nicht leichter. Sie wären auch nicht leichter. Die kümmern. Das ist gar nicht nur. Na. Und das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Aber es ist gar nicht schlimm. Aha. noch mal ein Chino und noch einen machen, oder? Das war's. Okay, jetzt sei nicht dumm, das kommt da zurück. Jetzt bleibe ich hier hin. Hier war ein Stein und blau hier. Ich bin so dumm. Je später er streamen wird, desto besser wird es auch nicht. Au. Was wäre, wenn... Ne, das geht leider nicht. Den Kubus da oben drauf stellen. Ich lebe den noch zu. Den Kubus brauchen wir nicht mehr. Ja. Irgendwie muss da doch das... Irgendwie muss da... Da müssen Dinge hin. Da muss... Wie wäre es, wenn wir hier... Wenn wir ganz klug sind... Das Umbranchding hier behalten. Das blaue Portal mitnehmen und einfach... Das wäre doch die einfachste Lösung. Schon wäre das Rätsel gelöst. Müsste nur mal hier rüber schaffen. Ich glaube, so ist das auch gewollt. Versuch's bloß die ganze Zeit doch nur umständliche Autopreise. Das ist so einfach, aber ich... Warum einfach, wenn es schwer geht? Probier halt die komplizierte Variante. Wo es einen leichteren gibt. Jetzt muss hier irgendwo das blaue hin. Und dann... Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Hurra. Hat hier nur ewig gedauert. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Das ist echt nach wie vor für eine Lüge. Das ist nicht so. Okay. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Okay. Das ist nicht so. Das ist nicht so. So geht's. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht so. Ich hab's nicht zu tun. Ich habe es geschafft. Aber wie? So ungefähr. Ja, so nicht. Ja, so nicht. Danke. Das war's für heute.